Herzlich willkommen zu der Verlegeanleitung für Lichtwellplatten. Die Unterkonstruktion muss verwindungsarm sein. Bei Holzkonstruktion sollte möglichst konstruktionsvoll Holz oder Leimholz verwendet werden. Die Dachneigung muss mindestens 5 Grad bzw. 9 cm pro Meter Gefälle aufweisen. Der Fettenabstand und die Konterlattung dürfen, gemessen von Mittebalken bis Mittebalken, jeweils maximal 80 cm betragen. Bei Lagerung der Lichtwellplatten im Freien diese mit einer weißen, lichtundurchlässigen PE-Folie abdecken. Dies verhindert Verformungen, Verfärbungen und Rissbildung durch Hitzestau. Die den Lichtwellplatten zugeneigten Flächen der Unterkonstruktion sind vollflächig mit rein Aluminiumklebeband zu bekleben. Die Lichtwellplatten werden seitlich übereinander gelegt. Der Überstand nach vorne sollte mindestens 3 cm betragen. Zur Wand ist ebenfalls ein Abstand von mindestens 3 cm zu lassen. Die Seitenüberlappung muss immer an der dem Wind abgekehrten Seite erfolgen. Alle Befestigungslöcher müssen eine Bohrweite aufweisen, die bei Platten von bis zu 3 Metern Länge 3 mm über dem Durchmesser des Schraubenschaftes liegt. Längere Platten sind größer zu bohren. Bitte die Bohrlochtabelle, Link in der Videobeschreibung, beachten und passende Bohrer benutzen. Die Platten benötigen ausreichend Dehnungsspielraum. Beim Einsatz von Aluminiumkalotten beträgt der Bohrdurchmesser 14 mm. Die Bohrlöcher müssen bei jeder zweiten Welle eingebracht werden. Die Abstandhalter werden unterhalb der Bohrlöcher positioniert. Die Schrauben nur so weit anziehen, bis ein leichtes Quetschen der Abdichtscheibe durch den Schraubenkopf erfolgt. Die Wandanschlussprofile sind alle 50 cm vorzubohren. Das Wandanschlussprofil an Wand- und Lichtwellplatten anhalten, anpassen und zusammen in jeder zweiten Welle vorbohren. Das Wandanschlussprofil zusammen mit den Lichtwellplatten und Abstandhaltern verschrauben. Für die Abdichtung des Daches zur Hauswand wird das Wandanschlussprofil alle 50 cm an der Hauswand verschraubt. Als letzter Verarbeitungsschritt wird die Fuge zum Mauerwerk mit Spezialsilikon abgedichtet. Tetzna und Jentsch wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Lichtwellplatten.